Husten Husten Oh Oh Joa Oh Ich bin echt schon Ich bin echt schon Ich bin echt schon Aufnahme Ja Bin ich Bin ich fertig Ich bin so fast verfertigt Ich bin wirklich fertig Ich bin kass jetzt klopft es da an der Tür Leute seid ja auch noch nicht so ganz wach wir haben gerade 9.21 Uhr an einem Samstagmorgen an dem ich das hier aufnehme aber das kann fürs Wochenende ist das vielleicht auch für manche von euch eine Ecke zu früh und auch für das Menschlein das wir hier steuern ist es eindeutig eine ganze Ecke zu früh es kann ja mal aufgestanden werden man kennt das ab und zu ist man so fertig dass man gar keine andere Möglichkeit mehr hat als sich ganz ganz langsam Stück für Stück über den Boden zur Türe zu robben immer wieder wird die Sicht so ein bisschen verschwommen die Euglein die sind ja absolut noch nicht wach ich hoffe das passiert jetzt nicht die ganze Zeit und es bleibt jetzt hier es wird die ganze Zeit immer wieder so ein bisschen unscharf aber mein Gesicht bleibt scharf da könnt ihr euch darauf konzentrieren die Frage ist ja hier es sind zumindest Superhelden Fertigkeiten mit vorhanden man kann sich hier oh Gott Leute das war mehr ein Wirken als ein Gähnen das ich hier abgeliefert habe aber das war wohl das war ein anstrengender Tag ein wirklich anstrengender Arbeitstag und da will man seine wohlverdiente Ruhe im Bett zu sich nehmen noch nicht mal richtig umgezogen haben wir uns hier und anderen klopft's das ist doch wirklich skandalös hier werde ich dann wohl so ein bisschen an der Seite vorbei müssen oder wird die Sicht schon wieder unscharf es ist eigentlich wirklich noch so ein kompletter Halbschlaf der stattfindet so hier ja aber vielleicht bin ich auch gleichzeitig so ein bisschen so ich bin Raupi Man ich bin wie so eine Raupe die wirklich überall immer dran kann und das ist ja dann schon eigentlich eine ganz auch wenn man so dann irgendwie zur Arbeit gehen kann mit solchen Moves auch sehr flexibel also das hat auch bestimmt andere Vorteile bei anderen Tätigkeiten im Bett hier sitzt es aber ja ist ja gut jetzt da ist aber die Tür ist echt weit weg da ist eine große Wohnung ich navigiere mich hier langsam vorbei an den Kissen es wird auch immer es ruckelt immer stärker und wird auch immer noch die ganze Zeit unscharf das finde ich jetzt nicht so gut an dem Spiel bisher aber ich bleibe weiter dran für euch ich navigiere hier weiter in wunderschönen Popo nach oben Bewegungen mich durch ja sag mal ey da bekommt man langsam das Gefühl es klopft irgendwie in echt aber ich bin ich bin hallo ich bin doch so müde das ist bestimmt der Chef dass ich mir jetzt zur Arbeit muss das ist ganz klar oh ich darf hier gar nicht dran dann penne ich direkt ein das heißt das darf ich gar nicht ich muss hier wirklich auf gerader Linie bleiben und darf dann meine Bewegung ja ist ja gut jetzt ganz langsam dann ist das wohl eher echt Spielelement dass ich hier ich muss mich langsam rumwickeln nein mit den Füßen ans Kissen dran gekommen da ist also die Überarbeitung wirklich so weit dass die winzigste Berührung mit einem Kissenstoff ausreicht um den eigentlichen Auftrag zu beenden dass man hier an die Türe gelangt aber das das war ja das war das ist ein guter Wiggle Move den ich hier gerade oh nein ich will zurück ich kann gar nicht ich kann mich gar nicht zurückbewegen das ist jetzt natürlich das macht Probleme hier aber es ist die erste Aufnahme des Tages für mich ich habe noch nicht mal den Morgenkaffee wieder rausgelassen deswegen ist es in Ordnung wenn ich bei diesem schläfrigen Spielchen auch noch ab und zu etwas versage es ist echt super schwierig sich da rum zu navigieren langsam ich bin jetzt sehr nah an der an der Ecke dran ja das ist sehr gut das ist perfekt die perfekte Drehung ich habe es geschafft um die Ecke herumgekommen und jetzt oh ja natürlich jetzt bewegen sich wird jetzt wird jetzt so hart geklopft dass sich die Schränke hier bewegen das ist ja skandalös so aber ich bin natürlich ich bin nicht schnell genug ich bin einfach ganz im Gegenteil oh oh ja oh in der Bewegung das sind einfach also das ist eine das ist eine absolute ja nein nein gilt das jetzt als geschafft nein tut es nicht das ist doch eine absolute Superheldenfertigkeit die da an den Tag gelegt wird kann direkt mit zu den Avengers Sleepy Man das wird dann bestimmt auch immer ganz witzig wenn der ankommt ich habe es geschafft die Frage ist ja auch wirklich so langsam wer ist denn eigentlich an der Tür da ist die Tür da klopft es das ist eine riesige Tür das ist eine gigantische Tür da kommt man ja eigentlich gar nicht ran da muss ich mich bestimmt wieder langsam hochkriechen lassen ich komme ja schon ich bin ja ich bin gleich da ich muss nur noch kurz ich gehe nur noch kurz die Klänge so ich ich mache kurz hier eine Sekunde so Happy Birthday Okay ich sehe hier natürlich eindeutig Gesellschaftskritik dass man sich so kaputt arbeitet sich so selbst verausgabt bis zum völligen Burnout bis zur völligen Erschöpfung dass man möglicherweise selbst seinen eigenen Geburtstag verschläft hier nur verhindert durch durchgehend an die Tür hämmernde Freunde und Familie die dann mit einem fröhlichen Happy Birthday das aber so schon zu viel ist dass es uns komplett umgehauen und wieder zurück ins Bett befördert hat aber vielleicht ist das für manche der schönste Geburtstag einfach nur mal ein bisschen länger ausschlafen das war Yet Another Exhausted Day heute durften wir mal gemeinsam nicht ausschlafen aber dafür völlig fertig über den Boden kriechen ich hoffe dass ihr einen schöneren Morgen hattet und dass euer Tag erholsamer weitergeht als das was ihr hier anschauen musstet wenn ihr noch im Bett liegt dann kuschelt euch vielleicht nochmal kurz und wenn ihr das Video gerade einfach nochmal so kurz so ein bisschen auskuschelt und denkt so ja gerade klopft bei mir niemand ich kann nochmal so ein bisschen die Ohrglein zumachen und ja die Wohlgewerbe meines Bettes genießen wenn es dir gefallen hat dann teilt mir das gerne in Form von Bewertungen und Kommentaren mit und ich freue mich darauf euch auch beim nächsten Video wieder begrüßet Tschau Tschö und Reingehauen Tschö 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 Tschö